Einer. Boah, wieso ist der nicht tot? Mit der Uppercut und mit der Rival getroffen. Oh scheiße. Hm, der hätte tot sein müssen, ey. Ein Headshot, hier oben im Haus. Schön. Ich wäre dafür jetzt nicht recht. Links um wieder. Stopp. Ja, ich komme auch zurück. Wo ist der? Ist der noch drin? Am Fenster, ja, ne Felix. Ist tot. Sehr schön. Nein, nicht der Dicke, Alter. Da ist noch einer drin, ich gehe rein. Vor mir? Ja, im Mitteldang. Ich habe nur ein dickes Dynamit, ey. Könntest du es ruhig nehmen. Warte, ich schmeiß dahinter. Ich schmeiß dahin. Nein. Nichts, dass der eine Lanze hat, ey. Mich so ankotzen, Alter. Ja, ist raus, ne? Ist raus, glaube ich, ja. Ja, flimm dir mal auf. Der ist Richtung Haus, der will aufheben bestimmt. Einer? Ja, einer. Einer nur. Okay. Ich habe nur einen gesehen. Habt ihr was zum anzünden? Es sind zwei, 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 zwei. Im Haus. Oben im Haus. Okay. Ja, oben im Haus sind zwei. Ich habe eine Laterne hier. Okay. Fing mal, wo ich es anzünden soll. Ähm, die liegt auch beim Fenster hinten links. Okay, ja. Wenn ich es anzünden soll. Alter, dass der nicht tot ist. Ja. Immer noch drin, oder? Ja, immer noch drin, ja. Oben irgendwo. Fehlstrand. Einer ist unten im Haus. Einer ist außerhalb des Hauses. Einen habe ich auch. Der hat drüber geschmissen. Ich kann dich schnell, ich heb dich schnell hoch. Warte mal. Wer hat ihn aufgenommen? Kannst du noch schauen? Nee, komm. Ich hole dich schnell hoch. Einer noch. 105. Wo ist der drinnen, oder was? Draußen. Irgendwo. 105. 105. Warte mal. 105. Ja, weiter hinten. Ach, in die Richtung. Ah, okay. Ja, ja. Hier hinter irgendwo. Ich kann auch noch mal gucken. Ja. Ist jetzt 180 Süden. 180. Okay. Ja. Also einmal durch. Ja. Hier drinnen, ja. Bei mir. Tot. wars dort in. Okay. Was ist der Marino? Faz Flanchen?